Hallo zusammen! Ja, wie ihr schon im Titel lesen konntet, geht es heute um mein neues Format. Ich habe richtig Bock und es wird auch sowas von Zeit, dass ich endlich loslege, weil das ist jetzt schon sehr lange in Planung. Ich wollte eigentlich direkt nach Beendigung meiner Ausbildung damit anfangen. Aber der heiße Sommer hat mir dann doch irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass ich jetzt erst anfange. Aber es geht jetzt los! Yay! Falls ihr euch jetzt fragt, Anni, was machst du hier im Auto? Ja, das hat mit dem neuen Format zu tun, denn dieses Format wird immer hier in meinem Auto stattfinden. Hat auch damit zu tun, dass ich gerade nicht wirklich einen Ort habe, wo ich Videos drehen könnte. Deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, weil ich ja sowieso die ganze Zeit immer irgendwie im Auto gedreht habe, wenn irgendwie was von mir, von meinem Face im Video vorkam. Es war immer im Auto und da habe ich mir gedacht, Mensch, warum nicht ein Format draus machen? Ich habe meine Ruhe, ich kann von überall aus drehen. Und ja, das wird sich jetzt ganz kreativ Anis Autotalk nennen. Vielleicht wird sich der Name auch noch mal im Laufe der Zeit ändern, aber ich bin jetzt erst mal zufrieden mit dem Namen soweit. Und vielleicht habt ihr ja auch Vorschläge, wie das ansonsten heißen könnte. Wie gesagt, jetzt heißt es erst mal Anis Autotalk und ja, wird cool. Es wird übrigens keine fachsimpel Gespräche über Autos von mir geben, weil ich jetzt hier im Auto sitze. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus und bin froh, wenn mein Auto einfach fährt. Und das macht, was ich sage. Ansonsten bin ich raus. Da bin ich dann doch typisch Frau und habe keine Ahnung davon. Aber ja, Anis Autotalk einfach, weil ich über Themen sprechen will, die mich beschäftigen. Und vielleicht mache ich das auch mal mit Leuten zusammen, die Bock haben. Also wer Bock hat, vielleicht mal mit mir zusammen was zu machen. Hi, hier ist Ani. Ja, vielleicht auch in Form eines Interviews. Wir werden mal sehen, was so kommt. Das erste Video ist auch schon in der Mache. Ihr könnt euch auch drauf freuen. Ist ein Thema, was sehr naheliegend ist. Haha, Spoiler. Man kann sich vielleicht denken, worum es vielleicht geht. Es ist halt etwas, was mir sehr viel bedeutet. Und ja, freue ich mich schon, drüber zu reden. Und ich hoffe, euch wird es gefallen. Und ihr schaut euch die Videos an und habt da auch Bock drauf, so wie ich. Und ja, falls ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr sie auch gerne in den Kommentaren unten da lassen. Vielleicht werde ich auch mal eins von diesen Themen aufgreifen. Ich werde jetzt auch nicht jede Woche ein Video rausballern können. Erstens mal, weil ich halt auch trotzdem noch arbeiten muss. Und ja, ne, zeittechnisch. Ich muss halt gucken, wie ich muss mich da jetzt erstmal so ein bisschen reinfinden. Habe auf jeden Fall viel, sehr, 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 sehr großen Bock drauf. Und ja, das war es auch schon jetzt erstmal mit meiner Ankündigung. Und wir sehen uns bei meinem ersten Autotalk. Oder vielleicht auf dem nächsten Konzert. Konzertvlog. Whatsoever. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen, entspannten Tag. Oder einen entspannten Abend. Und wir sehen uns. Eure Anni.